Hallo Fußballfreunde, die Geschichte Felix Zweier geht nun in die nächste Runde und heute gebe ich mal meine Meinung zu dieser gesamten Thematik ab, denn es ist ja sehr, sehr spannend, was früher passiert ist, was jetzt passiert ist und wie man das alles im Gesamtkontext auch analysieren kann. Bevor wir mal zu meinem eigentlichen Real Talk kommen, sprich meiner knarren Meinung zu dieser ganzen Tragödie, kann man ja fast schon sagen, erst einmal die aktuelle News. Aktuell steht so ein bisschen das Thema im Raum, ob Zweier aufgrund von Morddrohungen, von vielleicht auch Mobbing der Fans nie mehr ein Fußballspiel leiten wird, er nimmt sich nämlich ja erst einmal eine Auszeit. Denn seit dem Krach mit Dortmund beim 2-3 gegen die Bayern am 4. Dezember hat Felix Zweier kein Bundesligaspiel mehr gepfiffen und danach auch nur noch eines in der Europa League, wird der Berliner Schilds ja somit nie mehr pfeifen. Diese Frage steht im Raum und Lutz Fröhlich, der Schiri-Boss des DFB, enthüllte am Sonntag schon in der Bild-Sendung die Lage der Liga im TV folgendes dazu. Felix Zweier hat nach seinem letzten internationalen Spiel vor Weihnachten für sich Urlaub genommen. Im Moment ist er als Schiedsrichter nicht aktiv. Das ist von ihm selbst bestimmt. Wir haben großes Interesse daran, den Eindruck zu vermeiden, dass Konflikte aus Schiedsrichtern und Vereinen dazu führen, dass Schiedsrichter nicht mehr pfeifen oder sagen, ich pfeife überhaupt nicht mehr. So seine Aussage. Und gegenüber der Bild bestätigte Zweier am heutigen Montag nun seine Auszeit. Ich bin dabei, die Situation aufzuarbeiten. BVB-Youngster Jude Bellingham hat ja mit einer TV-Aussage auf Zweiers Rolle im Häuser-Skandal von 2005 angespielt. Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du? Bellingham zahlte dafür 40.000 Euro Strafe an den DFB. Doch wie war Zweiers Verwicklung eigentlich damals wirklich? Bis heute steht Aussage gegen Aussagen. Und genau das ist auch das Problem. Der Führerschiri Robert Heuser hatte behauptet, seinen damaligen Assistenten Zweier vor dem Drittliga-Spiel Wuppertal gegen Werder II 300 Euro für eine Manipulation zugesteckt zu haben. Diese Zahlung beschreitet Zweier allerdings. Das strafrechtliche Verfahren wurde damals wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das DFB-Sportgericht spähte Zweier für sechs Monate, weil es davon ausging, dass es die Zahlung gegeben habe. Zweier erhielt mir milderte Umstände, weil er auch als Kronzeuge mitgeholfen hatte, diesen Skandal aufzudecken. Fröhlich sagte dazu, die Robert Heuser-Affäre müsste irgendwann mal aufgeklärt werden. Ich würde sehr begrüßen, dass man weiß, was damals passiert ist. Für mich sind Informationen, die mir vorliegen, kein Grund jemanden zu verurteilen. Es ist eine schwere Bürde für einen, Schied sich da, mit diesem Vorwurf Spiele zu leiten. Doch wie geht es jetzt eigentlich weiter? Zweier sagte, ich habe weiter starkes Interesse, mit Drew Bellingham persönlich zu sprechen. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um? Welche Folgen können solche Aussagen für einen Menschen haben? Denn die Belener Polizei meldete sich nach Bildinformationen beim Immobilienkaufmann Zweier, weil im Internet Morddrohungen gegen ihn kursieren. Ob er nochmal pfeift, ist aktuell komplett offen. Aber ich finde, Zweiers Aussagen zeigen vor allen Dingen eines. Es ist aufgrund von Bellinghams Aussagen einfach zu Sachen gekommen, die einfach an sich nicht nötig waren. Und genau das ist das Problem. Und deswegen kommen wir nun auch zu meiner Meinung zu diesem Thema. Denn ich fand es jetzt mal wichtig, aber auch euch im Vorfeld mal die ganze Geschichte zu erzählen. Sprich erst so ein bisschen News. Und jetzt kommen wir auch zu meiner Meinung. Denn erstmal finde ich, und das habe ich gerade schon mal ganz kurz angerissen, und es ist ganz, ganz wichtig bei dieser gesamten Thematik Ursache und Wirkung nicht zu vertauschen. Sky Reporter Jesko von Eichmann schrieb nämlich folgendes. Ganz ehrlich, gepfiffen hat er fürchterlich. Aber sollte das ein Ergebnis von Mobbing nach dem Spiel sein, finde ich das schlimm. Und da bin ich natürlich bei ihm. Das wäre auch schlimm. Allerdings ist bei dieser gesamten Geschichte, vor allem der DFB, das Problem. Das haben für mich auch nochmal die Aussagen vom eben Schiri-Boss Fröhlich gezeigt. Vielleicht sind die Schiedsrichter aktuell gefühlt nicht mehr so gut, wie noch vor ein paar Jahren zuvor. Aber vor allem eben der größte Sportverein der Welt muss sich Vorwürfe machen und vor allen Dingen auch Dinge hinterfragen und im besten Falle auch mal endlich Sachen ändern. Denn neben den fehlenden hochqualifizierten Schiedsrichtern haben wir ja noch weitere Probleme. Seit Jahren leidet der Amateurfußball. Generell werden im Jugendbereich falsche Prioritäten gesetzt. Bei der Anhaltsnahmannschaft ist das Marketing der Mannschaft seit Jahren wichtiger als der sportliche Erfolg. Und auch beim Thema Schiedsrichter stinkt der Fisch mal wieder vom Kopf. Vielleicht war es richtig, auch wenn ich nicht der große Fan bin, 2017 den Videobeweis einzuführen. Ich meine, viele andere Länder haben ihn auch, also irgendwas Gutes muss er ja haben. Dass sich bei uns aber die VR-Geschichte seit Jahren nicht verbessert, zudem auch bestimmte Regeln für uns Normalsterbliche kaum erklärbar sind, werden die Schiris auch in einer gewissen Art und Weise freiwillig für die Fans. Und wenn es so ein Verband nicht hinbekommt, seine Schiedsrichter selber auch zu schützen und uns Zuschauern zu erklären, was im Spiel vielleicht einmal falsch gelaufen ist, dann passiert eben genau so etwas wie hier. Schiedsrichter ziehen sich zurück, nachdem es Morddrohungen oder auch ähnliches gab. Wenn man mal darauf schaut, welche Schiris von so etwas größtenteils verschont bleiben, sind es meistens welche, wie eben Dennis Aytekin, die ihre Fehler selber eingestehen und sich auch vor laufender Kamera entschuldigen. Beispiel war es ja bei Dennis Aytekin mit der Mutterhut-gelb-roten Karte, wo er im Nachhinein sagte, an sich war das eher ein Fehler. Würde er nicht nochmal so machen. Andere tun aber eben dies nicht von alleine, was ja auch an sich nicht schlimm ist. Aber genau dann bräuchten die eben Rückendeckung vom DFB oder dass sich der DFB-Markt dazu äußert. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, der DFB veröffentlicht teilweise mal auf seiner Website so einen offiziellen Artikel, wenn was schiefgelaufen ist, wenn Schiris falsch entschieden haben. Das ist aber in einer Art und Weise, was einen fast noch verrückter macht. Das ist keine Entschuldigung, keine Erklärung. Generell gibt es aber sowas eigentlich auch nicht gescheit. Wie angesprochen, die haben ja auch andere Probleme da oben und noch zahlreiche Machtkämpfe. Anscheinend wichtige Themen wie sowas, ja, muss man da anscheinend nicht beleuchten. Und auch bedingt durch den Videobeweis gewinnen wir Fans ja auch immer mehr den Eindruck, dass die Schiedsrichter auf dem Platz auch extrem viel von dem ausbaden müssen, was im Kölner Keller verzapft wird. Und mit Pfiffen, Schmärgesängen und Co. auch umgehen müssen. Und wir alle kennen es sicherlich selber, extrem sauer mal auf dem Schiedsrichter zu sein. Ich meine, ich als Schalker erinnere mich da leider an das Bremen-Spiel im November zurück. Auch da war ich extrem sauer auf Tobias Stieler. Aber trotzdem gibt es natürlich zweierlei, was bei dieser ganzen Sache nicht geht. Wenn man ernsthaft einem Schiri oder egal wem Morddrohungen zuschickt, dann hat man sie nicht mehr alle. Punkt. Wenn man es aber als Deutscher Fußballbund nicht hinbekommt, den vielleicht größten Schiedsrichter-Skandal mal vernünftig aufzuklären, dann ist das für mich eine Offenbarung. Und wenn der Schiri-Boss dann auch noch davon spricht, dass es mal wichtig wäre, die Robert-Heuser-Affäre irgendwann einmal gescheit aufzuklären, dann ist das eine Offenbarung. Und wenn Fröhlich dann auch noch sagt, dass aufgrund solcher Vorwürfe, die eben durch diese Nicht-Aufklärung kommen, schwer ist, für die Zeit zu pfeifen, dann ist das verdammt nochmal eine Offenbarung. Eine Offenbarung, dass mal wieder beim DFB mehr geredet wird, als Lösungen gefunden werden oder als geändert wird, dass es mehr Schuldige oder dass mehr Schuldige gesucht werden, Beispiel Bellingham, als wirklich mal gute Sachen aufzuarbeiten und dass ein Schiri wie Zweier aktuell nicht mehr pfeifen will, weil der DFB meiner Meinung nach ihn allein hat im Regen stehen lassen. Und noch einmal, wir sind beim Thema Ursache und Wirkung. Wenn man wirklich mal darauf schaut, was das Problem mit dieser ganzen Geschichte ist, hat das ja Zweier ganz lang angesprochen. Die Aussagen von Jude Bellingham. Gut, natürlich kann man das nicht gut finden, wenn ein Spieler etwas sagt, was nicht zu 100% belegt ist. Aber genau das ist ja das Problem. Hätte der DFB es ehrlich mal hinbekommen, diese Zweier-Häuser-Affäre gescheit aufzuklären, ich meine, das Ding ist schon mehr als 15 Jahre her, da hätte man schon mal ein bisschen Zeit für gehabt, dann hätte es diese Aussagen von Jude Bellingham nicht gegeben, wodurch es dann vielleicht auch keine Morddrohungen gegeben hätte. Deswegen Thema Ursache und Wirkung. Für uns Fans gilt aber noch einmal trotzdem, diskutieren und auch mal etwas lauter gegenüber Schiedsrichtern zu werden, gehört natürlich auch in einer gewissen Art und Weise dazu. Aber beleidigen oder gar Morddrohungen gehen eben nicht und haben auch bei der schönsten Nebensache der Welt einfach nichts verloren. Auch egal, wie der Schiedsrichter heißt. Also, das war mein Real Talk zu diesem Thema, zu dem Thema Zweier. Mir war es halt wichtig, dazu was zu sagen, auch so ein bisschen gemischt mit den aktuellen Berichterstattungen. Ich hoffe, euch hat diese Mischung in dem Video auch mal gefallen. Einfach mal ungeschnitten meine Meinung zu dem Thema mit ein paar Notizen rauszuhauen, finde ich als Videoformat eigentlich auch mal ganz angenehm. Also, eure Meinung gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.